So drauf. Alter Schwede. Ja, das ist schon nice. Oh, ne Buchseite. Wusch. So. Da ist sie ja. Die haben wir gleich. Jawohl, ja. Sehr schön. Ein Schatz. Boah, nehmen wir mit, ne? Was wir auch immer kriegen können. Oh, da gibt es wieder diese Fahrstühle quasi. Oh. Uiuiuiuiui. Uiuiuiui. 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 So. Truhe ist da hinten. Zack. Ruhe hier. Schloss knacken. Yay. Hey, das wird wieder so spaßig. Na? Jawohl, ja. Ach, Mann. Ach, was soll denn das? Alter. Ach, Mann, am Arsch, ey. Das geht mir richtig auf den Piss. So. Truhe geknackt hier. Ja. Sprituosen haben wir bekommen. Oh, cool. Ich sehe da gerade noch eine Almanachseite. Die wird natürlich nicht lange dort rumschwirren. Alte Schwede, da haben wir aber ganz schön was bekommen. Oh, können wir da jetzt ins Haus rein? Würde ich ja zu gerne mal ausprobieren, aber... Jawohl, ja. Schick, schick. Haben wir das auch. Nebenmission? Ja, soll ich jetzt erstmal alle Aussichtspunkte hier machen? Ja, komm. Wenn ich schon dabei bin, mache ich so viele, wie es geht. Hopp, hopp. Nice. Okay, wer battelt sich da? Wahrscheinlich, ähm... Ich weiß nicht, ob die Unabhängigkeitskriege jetzt schon am Laufen sind. Oder wie, oder was? So, da hoch. Okay. Na dann. Hehehehe. Tss. Oh, da hinten ganz. Kann man von hier aus quasi unser Ziel schon sehen. Oh, ja. Finde ich cool gemacht. Anders als in den Vorgängern. Und... Besser. Sieht cooler aus. Oh, ne Almanachseite. Ja, flieg hoch. Wo ist... Wo ist die Seite? Ach, toll. Wäre ich da gleich hochgeklettert, dann wäre ich jetzt oben. Dann hätte ich die Seite jetzt schon noch. Ja, und jetzt habe ich mir auch noch hier das höhere Gebäude ausgesucht. Egal. Hab ich gleich. Fort Hill. Ne, ans Fort herankommen. Achso, das ist dann quasi... Achso. Ja, am Arsch. Am Arsch. So. Wow, das war knapp. Das war sauknapp. Hier lang. Dann hier durch. Okay. Hä? Hä? Was habe ich mir denn da markiert? Achso, irgendwas in... Irgendwo. Klasse. Und da sind direkt zwei Seiten. Meine Güte. Markiert er da einfach irgendwas? Kann ich jetzt nochmal in die andere Richtung laufen? Na gut. Egal. Die beiden schnappe ich mir auf jeden Fall noch. Die Kinder sind wie die Bettler im ersten Teil. Oder im zweiten. Ich bin mal gespannt, ob wir auch so eine Doppelklinge bekommen. Also eine doppelte versteckte Klinge. So. Da sehe ich die Seite. Dann nichts hier hoch, da. Scheiße. Die ist schneller, die Seite, diesmal. Ach, halt's Maul. Super, die habe ich wieder verloren, die Seite. Ja, war klar. Scheiße. Okay, dann muss ich das anders machen oder so. Nun gut. Was haben wir da? Haustier. Uh. Ey. Haustier? Kann man sich jetzt Tiere hier holen? Hey, die Markierung hat mich voll verarscht. Na, was hat der denn im Angebot? Oder was kann ich verkaufen? Beerenpelz ist ja top wertvoll. Also allgemeinpelze. Geil, da kann ich durch Jagen richtig Kohle machen. Der Schwanz von einem Hirschen, ja. Zeigen die eine Kiste einfach nur an. Was haben die denn hier im Angebot? Pfeile. Pfeilen und Köder. Okay, brauche ich alles nicht. Naja. Ey, das war aber nicht sehr nett. Ich würde sagen, die Eimernachseite hole ich mir noch und dann mache ich erstmal die Hauptmission und später dann weiter mit. Naja, was auch immer. Kümmer ich mich später um die Aussichtspunkte. Es sei denn, da ist jetzt gleich einer total in der Nähe oder liegt auf dem Weg. Den nehme ich dann natürlich noch mit den Aussichtspunkten. Und hopp, haben wir die Session. So. Joa, liegt nicht wirklich was auf dem Weg. Der da natürlich, aber ansonsten... Oh, falsche Richtung. Juhu! Okay, 400 Meter. Passt. Passt. Nun gut. Alter, wenn ich schon wieder diese Kinder höre, ne? Das geht mir jetzt ja schon auf den Sack. Ich will wetten, die gehen mir noch häufiger auf die Nerven. Weil die irgendwie hier verhindern, dass ich... Kann ich die Kuh töten? Nee. Schade. So. Weil, ähm... Wo war ich stehen geblieben? Ähm... Genau, weil die Kinder mir wahrscheinlich irgendwie dazwischenlaufen oder so bei einer Verfolgung oder so. Ja, kenne ich bereits. So. Wenn ich die jetzt schon wieder höre hier... Ich hab kurz überlegt, die einfach anzugreifen. Aber ich hab's doch gelassen. Nochmal. Das nächste Mal dann. Ich hab's doch gelassen. Okay. Nice. Oh. Bam Erstmal fett ne Axt in den Schädel bekommen Tomahawk So, Ruhe hier Oh, ein Einmal nach Einmal nach Seite Die schnapp ich mir So, und diesmal versuche ich es ein bisschen anders Ich versuche es mal über die Dächer Ah, verdammt Knapp verfehlt Ah, hoch damit, ja Los Nein, voll verfehlt, ey Scheiße Egal, hier musste ich sowieso hin Passt ja ganz gut Und futsch ist sie War klar Zack, genießen wir hier erstmal die Aussicht Bin mal gespannt, ob sie auch so mit wechselnden Jahreszeiten arbeiten So Okay Was Egal Egal So, hier müssen wir rein Bevor ich da reingehe Mach ich nochmal ne kurze Pause Wir sehen uns gleich wieder Ciao So Mikro war mal wieder falsch Ich weiß jetzt zwei Sachen Erstens sind diese Halbkreise Bürgerwehr Und ja, das war's eigentlich auch schon Das andere wollte ich jetzt eben nochmal kurieren müssen Ja, kann ich irgendwie nicht annehmen Und ich will hier nicht diese verkackte Markierung haben Da hatte ich eben schon Probleme, die wegzukriegen So, interagieren Ab, Reiner Und was geht hier ab? Ach ja, wir sollten ja Sachen kaufen, genau Völlig vergessen Ah, der sieht ja schon mal sympathisch aus Die Sachen von dieser Liste Wirst du bezahlen Oder lieber tauschen? Einiges davon habe ich Einiges nicht Holz ist schwer zu bekommen Seit mein Lieferant verschwand Aber ich habe Werkzeug und Pech Nägel auch Wohin soll ich das alles liefern? Unser Wagen steht am Statehouse Okay, dann müssen wir noch sehen Dass wir Holz irgendwie bekommen Ja, sollte ich Okay, was geht ab? Oha Voll die Action hier Oh, und er mittendrin Was? Okay Tja, kleiner Aufstand hier Ob die Flangen hier noch lange sind? Noch lange hier wehen? So Na dann, was geht ab? Ups Da ist er Alles klar, was geht's los? Oh nein Geht doch zurück nach England Nichts Gutes entsteht aus euch Im Chaos Geht's